die fand 19, ne? ey, das war so heftig, da war ich so gut, ohne Witz, ich war so gut zu dem Zeitpunkt, ohne Witz, ich hab nichts anderes gemacht, außer grünes Time-Finish, First-Touch-Finesse-Schüsse oder war das in der Gruppenphase? Also gar kein Disrespect oder so, ne? Ich bin in FIFA 21 scheiße, aber ich glaub, das war in der Gruppenphase, da hab ich die 2 mal richtig eklig auseinandergeschraubt da war ich so gut, Alter, ich war so gut zu dem Zeitpunkt, ich trauer der Zeit so, ja, Mann, ich hab dir einfach 5-1 weggeschossen, ne 4-2, okay, Bro ich hab einfach nur Time-Finish-Schüsse gemacht das war so schön, Mann, ich war so gut einfach, und jetzt bin ich so ein Haufen Kacke ich war so ein Meterschwitzer damals oh, stimmt, ich hatte Eusebio Prime als United-Star, uff oh, das war die Zeit mit den ganzen, ähm, mit Reus-POTM wo der 25 verschiedene POTM-Karten hatte Null, hat man damals nicht mal die Anzeige gesehen? So, komm mal an Ah, voll clean der Elbe, schallah Ist irgendwo ein geschenktes Tor, aber scheißegal, nehmen wir natürlich mit Also, entweder vertu ich mich jetzt, oder das müsste das FIFA doch, das war doch das Time-Finish-FIFA, Alter Oh, lol, die hatten eher 9 Tschüss Ich weiß gar nicht, warum ich damals so gut war in FIFA, ohne Witz Warum war ich damals so gut? Ich hab nichts anderes gemacht außer Time-Finish Hä? Es folgt ein Paradebeispiel, wie Technik nicht funktionieren soll Hä? Was? Nein, er macht vielleicht die falsche Richtung Hä? Was? Ich verstehe mein eigenes Video nicht Es folgt ein Paradebeispiel, wie Technik nicht funktionieren sollte Oh, Transformers-Musik, geil Nein, er macht vielleicht die falsche Richtung Oh, wie geil man damals noch Skills machen konnte Ach, meine, meine Cam ist gefreezed Sooo Sooo Digga, ich hab so gut gespielt damals Warum war ich damals so gut? Warum bin ich jetzt so scheiße? Guck ich das an, wie geil das gespielt war Die ganze Zeit Skills einfach Och, Bro, warum bin ich so kacke geworden? Das war echt stabil, Mann Ich treffe nicht mal das Time-Finish, aber da ist es 2-0 Nice, Mann Geil geschnitten, Brodski Lol, ist die Facecam ausgegangen Hat eSportler übernommen, Kappa Guck mal, waren es die guten alten Umhut-Pässe? Hab ich erfunden Umhut-Pässe Ach, Digga, bin ich schlecht Was für euch war gut damals Guck mal, wie kacke das war Ich hab die ganze Zeit überlegt, ob das abseits war Er hätte ich so gegräscht eigentlich Ja, gefällt mir so gut hinten Wen? Hä? Entschuldige, Digibala Eusebbel Nein Bruder, ich hab aber auch viel liegen gelassen Lol Geil Jul? Wo ist denn meine Facecam? Okay, lol Äh, mir ist gerade aufgefallen, dass meine Cam gefreased ist Moin Ich bin wieder da Unrealistisch ohne Autoblox Ich hasse diese Autoblox, ne Das ist so ein Kram Man sieht das nicht Man schmeckt das nicht Man weiß doch nicht Mein Vater dachte übrigens mal Funfact Falls ihr es gerade gesehen habt Mit DualShock 4, äh, fast leer Mein Vater hat mal so ein, äh So eine Verpackung von den Controllern bei mir gefunden Als ich so 14 war oder 15 Mein Vater dachte mir Weil der DualShock draufsteht Dass ich mir einen Elektroschocker geholt hab Da musste ich meinem Vater in einer hitzigen Diskussion erklären Dass es ein PS4 Controller ist Das war auch wild Mein Vater hat richtig Herz gemacht Der war richtig sauer Der dachte sein Sohn hat richtig scheiße gebaut Äh, nöf Oh, gut gemacht Oh, gut gemacht Geil gespieltes Tor Geil gespieltes Tor Scheiße Naja, FIFA 19 war United Icons Startspieler Ah, da war ein Autoblox, seh ich doch First Time Finesse First Time Finesse Grünes Finesse Was? Lost Ja, komm Bruder Du hast eine lange Leitung Jetzt verstehe ich auch Warum Leute meine Videos teilweise skippen Oh, ja Oh, was ein Schmutzpass Da hinten die Bala Oh Let's go Digga, 99 Übersicht Den hab ich nicht gesehen, ne Alter, ich hab gutes FIFA gespielt, man Da hinten die Bala Let's go Mit Cancelo Mit dem gelben Time Finish FIFA 19 war damals bis zum Februar-Patch auch so ein geiles FIFA ohne Witz, ne Ich hab die Time Finish Meter wichtig gefühlt, man Es war ehrlich ein geiler FIFA-Teil Auch vom Content, der da gekommen ist Haben wir Digga, guck dir das an Was hab ich denn für ein FIFA gespielt, Bruder? Nein, dieser Van Dijk, Mann Ich bin richtig Ohne Witz, wie hab ich das damals gemacht? Das sind so cleane Spielzüge Oha Nein Bruder, was war ich damals für ne Maschine, Alter? Na ja, Maul, Alter Hör auf, dich selber runterzuspielen Du warst zu dem Zeitpunkt ein krasser Ficker, du kleiner Wichser, Alter Du warst damals heftig, Mann Und heute bist du ein Haufen Scheiße in FIFA Guckst da irgendwo mit einem 30 Millionen Coins-Team in Gold 1 rum Hab ich noch eins gemacht? Ah, Leber Da hab ich noch eins gemacht Und damit ist das Spiel vorbei Wir gewinnen gegen Stefan Ja, da gibt's ein Rückspiel Hinspiel Jalla Was geht ab, mein Freundin Jetzt bin ich noch mal Uni Ich glaub, hier bin ich ekelhaft auf die First-Time-Finders gegangen Ja, hallo Oh Wir warten kurz Ja, gleich 19 Uhr, wir gucken mal gleich Ich will noch eben das Video zu Ende gucken Oh, der wär fast durch gewesen Das ist greniatig Das war, glaub ich, die Ligen-SBC, ne? Warum wechselt der nicht? Ich glaub, in dem Spiel hab ich nur First-Time-Finesse-Tore gemacht Ja, so First-Time-Finish Jalla Das war so meine Meter Das war so meine Meter, Alter Pogba Ho-Hing-Min Damals auch noch Die FIFA-Teile, wo du Pogba gezogen hast Und der Arsch viel wert war Mittlerweile einfach SBC-Uhr Oh, schief, ich bin nicht rutschen gegangen Kopfball-Tor Oh, 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 oh Sogar Ecken mit grünem Time-Finish Ja, wir gucken gleich rein, 19 Uhr Läuft ja nicht weg Lightning Round kommt eh nicht Moin, Tisi, was geht ab? Oh, schief, das ist gut gemacht Kam nichts Ja, okay, dann Scoop-Turn Grünes Time-Finish Ja! Das war Das war Mein Game, Alter Einfach Scoop-Turn Grünes Time-Finish Jalla Nein, nein, nein Hey Das ist doch unnötig Ma-P-Lupfer Ja, jawoll, Alter Immer P Damals schon bei mir Ohne Witz Damals Alles gibt eine Icon-SBC Neue Icon-Packs Okay, wir gehen gleich rein Fuck mal live, Alter Oh, Digga Das war damals Chat Guck dich das an Das war damals Mein Spiel Das war, glaube ich In FIFA 19 Der neue Skill Zack Auf den starken Fuß Grünes Time-Finish Ja, Mann Das war mein Spiel Nein, nein Ich war schon durch Das war mein Game Damals Sieh doch Bunkbunk Autoblock Ehre Ich hab auch Ebenmal grünes Time-Finish Getroffen Ich war so geil, Alter Aber auch Bisschen Glück gehabt In dem Spiel Da wollte ich zu viel Ja, Neuf Jawoll, Alter Ja, Neuf Digga, Chat Was hab ich Ich bin grad Ich freu mich nicht darüber Dass ich früher gut war Ich bin traurig Wie scheiße Ich mittlerweile In FIFA bin Weil da sind echt Richtig saubere Spielzüge dabei Die ich einfach Nicht mehr kann Aus Gründen Mit dem Gold Was ist denn die Bala Guck dir das mal an Halt Aber was hab ich damals anders gemacht? Was hab ich damals anders gemacht? Chat, ich bin richtig traurig, Alter Warum bin ich mittlerweile so ein Bob, Alter? Ich war damals ehrlich konstanter Elite-Einspieler Und jetzt bin ich einfach scheiße Ich bin einfach kacke mittlerweile Es tut richtig weh, Mann Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Bis zum nächsten Mal.